Ich bin Magdalena Heinrichs und ich bin die Quartierskoordinatorin des Wohnviertels am Blosenberg in Leonberg. Meine Aufgaben sind, die Menschen zusammenzubringen mit ihren verschiedenen Interessen und sie zu motivieren, etwas zusammen zu machen, wie zum Beispiel ein Nachbarschaftsfest. Besonders schön für mich ist, wenn ich sehe, dass die Menschen ihre eigenen Projekte auf die Beine gestellt haben und dass es dann gemeinsam vorangeht. Und jetzt wünsche ich allen Mitspielern mit einem Megalose viel Glück. 10 Euro gewinnen die Megalose mit den Endziffern 6,5. 1000 Euro fallen auf die 5,4,0,0. 10.000 Euro auf die 0,2,4,2,9. 100.000 Euro auf die 0,5,4,6,4,8. Und den Höchstgewinn von einer Million Euro im ersten Rang gewinnen die Megalose mit den Endziffern 2,2,5,5,3,0,9. Spielen Sie mit und helfen Sie Ihren Mitmenschen. Endziffern 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 Endziffern